Ahoi, ahoi! Es ist Dienstag, der 9. Juli. Wir haben 17.42 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen Clip, weil Sie was über den Nasdaq hören wollen. Der Nasdaq ist ziemlich fies zu analysieren momentan. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Wir haben auf den allerersten Blick direkt den Eindruck eines Doppeltops. Und ja, das besteht. Wir hatten hier an diesem Tag ein neues High gemacht mit 7.857. Wir haben also die letzten Highs um ganze 6 Punkte überboten. Hooray! Aber auch hier kein Applaus, kein gar nichts, ähnlich wie beim DAX. Momentan sieht es meines Erachtens nach so aus. Ja, diese Gefahr eines Doppeltops besteht. Gar keine Frage. Wir sind in der Mitte der Bänder an der 10-Tage-Linie. Leicht darüber. Das ist also minimal positiv. Wir haben einen völlig vernünftigen Abstand zur 200-Tage-Linie. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnliches. Hier verläuft dieser Aufwärtstrend, den wir haben von Dezember letzten Jahres. Tatsächlich finde ich diesen Trend gar nicht so toll, denn der hat nur zwei Auflagepunkte. Ich bin nicht so begeistert von dem, aber ich ziehe ihn rein als visuelle Unterstützung. Was mir nicht gefällt, ist diese Geschichte hier über das MACD. Wir fallen schon wieder ab. Das Histogramm zeigt ja den Unterschied zwischen diesen beiden Linien, was ja aus dieser Formel hier kommt. 12 minus 26 und daraus, also es sind die EMRs, die exponentiell kleidenden Durchschnitte. Und darauf wird ja noch der 9er gelegt. Fällt schon wieder ab. Das heißt, die Freunde laufen zusammen. Über die moderne Sichtweise gibt es schon ein Verkaufssignal, über die traditionelle noch nicht. Das ist aber kurz davor. Der Oszillator ist unter die 80 gerutscht und gibt dadurch ein Verkaufssignal. Auch das ist für mich ein Warnsignal. Das hier, nirgends noch mal zu sagen, ist keine Divergenz. Beim Histogramm spricht man nicht von einer Divergenz. Eine Divergenz ist eher das hier. Der Markt ist nochmal gestiegen, auf das alte Hoch, sogar leicht höher. Aber die Technik kommt nicht mehr mit. Ja, also die hat nicht ganz diese Hochsee gesehen. Das ist eine Divergenz, ja. Ich handel nicht so gern Divergenzen. Also ich habe damit nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die darauf achten. Ich gucke mal mit Ihnen auf die Woche. Weil das ist nämlich auch für mich dann eine Geschichte, da wird es bei mir ein bisschen weicher. Wir sind hier völlig neutral über das MACD, aber wir gelten jetzt auch hier schon ziemlich stark als überkauft. Das heißt nichts im Oszillator. Schauen Sie mal, hier waren es zwei Monate, hier waren es sechs Wochen, hier waren es auch fast zwei Monate. Das heißt einfach nur, der Markt ist heiß gelaufen, aber das heißt noch lange nicht, dass es ein Verkaufssignal gibt. Ein Verkaufssignal, damit gehe ich runter auf den Tag, ist tatsächlich so etwas hier. Aber im Moment reicht es nicht. Das Problem, was der Markt hat, oder vielmehr das Problem, was Shortisten jetzt hier haben, ein Tag hier drüber und wir handeln momentan bei 7.800 ungefähr, das heißt 57 Punkte vom High. Ein Tag hier drüber, idealerweise noch über das Band, sagen wir mal 7.930. Und dann ist all die mathematische Technik Makulatur. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Deswegen, das ist eine ganz spannende Geschichte, was jetzt hier so in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Ich habe Ihnen mal ein paar Scheine dafür mitgebracht auf die Watchlist. Ich bin der Auffassung, entweder man macht ein richtig risikoreiches Investment und geht dann hier unter diesen Punkt. Dann wären wir bei 7.574. Das ist aber schon eine knallige Option dann. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die entschlossen, die hier drunter liegt. Das ist die 7.450. Damit sind wir deutlicher unter der 20-Tage-Linie in der Nähe des unteren Bandes. Und etwas unter dem letzten Verlaufstief. Da habe ich den hier gefunden von Goldman Sachs. Das ist eine 7.449er Call-Option. K.O. Schein. Also die K.O.-Grenze ist 7.449. Das ist die Kennenummer GA7HQJ. GA7HQJ. Das ist momentan noch ein 22er Hebel. Das ist also eine normale Option. Also mit denen handele ich normalerweise. So ein 20er Hebel ist das, was mir ganz gut zusagt. Aber der liegt hier drunter. Tja. Für mich kommt die erst dann in Betracht, wenn wir über die 7.900 gehen. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, sogar ein 7.574er zu nehmen. Etwas drunter als 7.465. Aber so weit ist es noch nicht. Beim Putt habe ich es ein bisschen einfacher. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein Doppeltop ist, ist auf jeden Fall vorhanden. Das obere Band handelt momentan bei 7.927. Wenn wir wirklich darüber gehen, über die 7.100, dann macht er auch einen Sprung irgendwo auf die 8.000. Davon muss ich einfach mal ausgehen. Das heißt, dann ist so eine Art Befreiungsschlag da. Vielleicht kommt dann der Applaus, der bisher fehlt. Deswegen suche ich mir einen Putt, der relativ knapp hier hinterliegt. In der Nähe des oberen Bandes. Und da komme ich auf den hier. Das ist ein 7.937er Putt. Der hat im Moment einen 58er Hebel. Das ist also schon, der hat ordentlich Drehzahl. Das ist von Goldman Sachs die GA4XWG. Weil nochmal, warum soll ich mir einen hier oben suchen? Denn die Wahrscheinlichkeit, wenn wir die 7.900 mit Schlusskurs überbieten, ist relativ hoch. Dass wir da nochmal 100, 150, 200 Punkte drauflegen. Da muss ich also keinen Schein hier oben nehmen, sondern dann riskiere ich es lieber, wenn ich näher dran bin. Lass mich vorher ausstoppen. Das ist so meine Herangehensweise. Aber ich finde den Markt gefährdet in beide Richtungen. Der kann also hier ganz schnell durch irgendeine wundersame Änderung zwischen Amerika und China oder was auch immer, kann der relativ schnell hochreisen, kann aber hier auch völlig vergammeln. Was wichtig ist, es fängt wieder die Berichtssaison an. Da ist jeden Tag irgendwas. Das ist in Deutschland genauso. Da kommen hier jeden Tag Zahlen raus. Jetzt waren es Annelien, dann waren sie irgendwann Thyssen. Also Deutsche Bank natürlich. Wir sind voll in der Zahlensaison und deswegen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Limit klein halten. Das ist mein Rat. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.